Willkommen zurück Leute hier bei Let's Play Kingdom Hearts 2, dem Final Mix. In der Stille geht es weiter, ja, ich meine nur es gab keinen Ton und so. Traurig, traurig. Wir haben also nun Riku mit im Team und haben sofort eine Chance, sie auszuprobieren. Bei diesen Berserkern und Tänzern ist das auch nicht unbedingt immer schlecht. Schön, dass ich es blocken kann. Auch wenn ich trotzdem megamäßig auf die Fresse kriege von diesem blöden Typen, ich hasse ihn. Berserker sind wirklich furchtbare Gegner manchmal. Eigentlich kommt es nur darauf an, ob man eine Kombo anbringen kann, bevor sie in diesen Minimodus da gehen oder nicht, weil man dann das Schwert klauen kann. Sobald man das Schwert klauen kann, oder den Knüppel, alles halb so wild. Aber das bis dahin, na, nicht so gut. Durch das Materialien sammeln für die Waffen bin ich mittlerweile übrigens so Level 60. Sagt ich 60, ich meinte 61. Jaha, so ist das nun mal. Glaubst du die Pose-Teile? Nöööö. Ja, nein. Nicht noch mehr Berserkern, bitte. Dann mach ich's lieber auf meine, ich springe in die Luft und finische die Kombo einfach mal. Technik, das läuft, läuft doch. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Das läuft da allen Ernstes deutlich besser mit. Auch wenn die... Weißt du was Berserker nein? Zwei Berserker woanders. Ich hasse das einfach nur. Ich kann doch nicht leiden, dass man da... ...wirklich dermaßen darauf angewiesen ist, dass man schnell ne Kombo anbringt. Sonst geht es da einem so dermaßen auf den Sack. Da werd ich doch dann leicht aggressiv bei. Ja, hier gibt die Mini-Map leider den Weg schon... ...extremst vor, sodass man im Prinzip genau weiß, worauf es ankommt, wo man lang gehen muss. ETC, 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 etc. Finde ich ein bisschen schade. Ja, Riku Level 62, blöder Angeber. Komme ich da dran? Ah, komme ich. Definitiv komme ich da dran. Ich muss ja nur einen... ...Erdot-Sprung mit einbauen, dann sollte das gehen. Ja. Sehr schön. Ein weiteres Puzzleteil ist mein. Die nächsten Videos werden dann sein, Schätze einzusammeln, falls ich Schätze übersehen habe. Puzzleteile einzusammeln, die ich übersehen haben könnte. All das schöne Zeug, ne? All das gute Zeugs. Ja. So, da ist eine Schatztruhe genau drauf. Ich seh' sie. Ich habe sie sogar. Ich habe Appell-Buster haltend. Oh yeah. Naja. Näh. Noch einer. Wuhu. Ja. Gimmick bei denen, wie man immer so schön sehen kann, ist ja ihr toller Schild. Aber... Der ist ziemlich irrelevant. Das darf man mal so sagen. Er ist nicht schwer zu zerstören. Oder auszuweichen. Je nachdem, wie man es sehen will. So. Mehr Twilight Pieces. Mehr. So. Schatztruhe, ne? Oder unten eine Schatztruhe? Brauche ich Halkum? Schön. Brauche ich zwar nicht. Aber schön. Ja. Da war noch ein Schatzruhe. Wuhu. Ich bin sehr gespannt, was ich so alles einsammeln muss nochmal. Weil ich es einfach nur vergessen habe einzusammeln. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh mein Gott. Schattendurcher. Wie bedrohlich. Wie bedrohlich. Sie danach nach Xemnas. Oder vielleicht sie sich selbst kämpft. Frankly, mein Lieber, ich würde gerne ran! Dann mit dir. Ach so, wenn es nicht der Boat-Boy-Key ist. Zeit für Anker, Captain Pete. Was, wie eine Abandone? Ich glaube nicht. Zora, deine Majestät, nicht vergessen, wenn ich sie alle zerstört habe, dieses Kastel wird mir sein! Jetzt schau mal hier, Möglichkeiten wie diese nicht kommen jeden Tag, du kennst. Bring sie auf! Wir müssen hurry! Aber sie tun, was ihre Hörer beherrschen. Wir können nicht interferieren! Ich wiederhole es nochmal, sie kämpfen gegen Schattenlöche. Es sind Schattenlöche, hallo? Es ist ja nicht so, als wäre da irgendwas bedrohliches. Die kämpfen gegen Schattenlöche und alle tun so, oh mein Gott, die werden sterben! Wir müssen sie beschützen! Schattenlöche! Hier! Nein Gott! Schattenlöche! Oh, mein Königreich! Schattenlöche! Jetzt werde ich wieder beginnen. Ich werde wieder einmal wieder einmal mit der Blatteskabschlöchen. Schattenlöche! 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 Und ich schattenle mich mehr Schatten! Nein! Schattenlöche! 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 von nichts. Wir, die weggezogen sind, von Licht und Schmuck, haben wir nie eine Wahl gegeben. Das ist einfach. Es ist weil du unsere Welt verletzt hast. Das kann sein. Aber welche andere Wahl haben wir gehabt? Das ist einfach nicht. Du bist niemand. Du bist überhaupt nicht. Du bist nicht schuldig. Sehr gut. Du bist nicht schuldig. Ich kann nicht fühlen. Du bist nicht schuldig. Es ist nicht egal, was die Misere befallen die Welt. Es ist egal, was du denkst, was du fühlst, oder wie du existierst. Zeit für den ultimativen Kampf gegen Xemnas. Oder Xemnas auf deutsch. Und zuallererst, sollten wir hier hingehen. Meine ich. Na doch, sollten wir. Denn dann können wir das hier machen. Beziehungsweise müssen wir das machen, sonst sterben wir irgendwann durch diese Kristalle, die in uns herumschweben. So. Haben wir das gemacht, können wir uns Xemnas direkt annehmen. Ja. Ich gewinne. Haha. Okay. Du hast dich jetzt also verteidigt gegen einen Schlag. Und das war's dann. Tolle Technik. Ja, okay, okay. Darf ich das schon? Ja, darf ich. Ist doch einfach. Ja. Nochmal. Von mir aus. Wie du willst. Können das Spiel gerne fünfmal spielen. Also. Pff. Wichtig ist hierbei, je länger man wartet beim Aktionskommando, desto mehr Schaden soll es machen. Aber. Ja, sowas kann dann auch passieren. Wartet man zu lange, kriegt man der aber auf die Fresse. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was ihr geplant habt. Oh mein Gott. Hast du das jetzt bald? Au. 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 Du wirst mir keine Chance geben, großartig, dich zu attackieren, oder? Oh. Au. 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 Ich bin so ein Sack. Ich hasse es, wenn ein Gegner durch einen finalen Schlag sterben müssen und einem keine Chance geben, ihn anzubringen. Das ist furchtbar. Ich hasse es. Sora! Wo sind Sie? Sora, antworte ich! Du bist okay! Wo ist Xemnas? Was? Send me Kingdom Hearts Lend me your power so that we may be complete The power to erase the fools that hinder us Hearts quivering with hatred Xemnas! Don't! Hearts burning with rage I never ran! Hearts scarred by envy That fool Ansem said the hearts true nature was beyond his understanding But it's not beyond mine Hearts are the source of all power Xemnas! You can't hide from us! We're not gonna let him get away now! Look at that! What's going on? Kingdom Hearts Let's go Xemnas must be inside The worlds gave us this doorway They want us to be the guardians of their destiny Hmm Once we go through there's no turning back It's victory Or oblivion So Sora Are you ready? Und dafür halten wir den Geheimen an zum Report Nummer 13 Ja Leute Wenn wir jetzt durch diese Tür schreiten Kommen wir zum Ende des Spiels Das ist aber nichts was wir jetzt machen wollen Meine Ende des Spiels Pfff Nein, nein Wir wollen Was wollen wir eigentlich? Wir wollen Na zur Arena des Olymps Klingt doch gut Ja, Tatsache wir dürfen Jetzt auf einmal nochmal in die Arena des Olymps Mit einem neuen Cup Das ist äh Keine Ahnung Schwachsinnig Jetzt einfach nur in dem In dem einen Moment Würde ich denken Ja, ich mach das Spiel durch Ich mach das Spiel durch Und auf einmal Ja, da gibt's noch einen Cup Den du machen konntest Aber Der schicksalsgüttelnen Cup Ab und zu gelten hier besondere Runden Äh, Runden, Regeln Ab und zu aber auch nicht Dafür haben wir aber alles an Gegner Au, 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 au Muss man also aufpassen was das angeht Au, 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 au Das sind natürlich jetzt härtere Gegner als sonst Sonst wär's ja ein bisschen, äh, sinnlos Ich will die Fakke nicht attackieren Ich will die Fakke nicht attackieren Wann hätte ich ihn da schon? Au Au Ah, toll Oh mein Gott Ernsthaft? Ihr kommt mir jetzt allen Ernstes hier mit Wie viele sind da? Vier Stück? Ich hasse ja schon einen auf einmal, aber Vier? Oh mein Gott Ja, super Ja, super Ich hab's noch nie ausprobiert, aber ich Merke, er geht mir jetzt schon auf den Sack dieser Cup Okay, fine, fine Ach, komm schon Oh, komm schon Holy cow Machen wir's einfach mit Heldenform Oh ja Funktioniert zumindest besser Ja Yeah Meine Fresse Siege die Gegner bevor die Zeit ausläuft, okay Sollte rein theoretisch machbar sein Ja Kommt natürlich drauf an, ob ich treffe oder nicht Keine Lust auf den Boden zu kommen Und tot So muss das Alle Gegner besiegen bevor ich keine Punkte nahm war Ja Au Ja Rückwärts, ich hätte gerne Eigentlich was ganz anderes Geh töten Goofy, geh töten Wobei es so natürlich auch geht Eine normale Runde Oh nein, 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 nein Warum ihr? Warum ihr? Warum nicht irgendwas anderes? Warum ihr? Ah, mein Gott, das Spiel weiß genau, womit es mich auf die Falle bringen kann Alle Gegner wären so viel besser Aber sie müssen genau diese blöden Feuerheinis da reinbringen Oh Gott Was sind das? Schamanen Okay, netto Willst du mich verarschen? Sobald ich einen anwesigere meinen, die sich verpissen zu müssen In ihre blöde Geistmasken-Kackform Das ist ja wohl mehr als Zufall Das ist schon eine geplante Strategie Die grauenhaften Hallo? Oh mein Gott Ernsthaft Ernsthaft Ein Ernstes Jetzt auch noch Mäuchler? Ja, ich höre natürlich genau in dem Moment wieder mit dem Move auf, wenn er mich verprügelt Das ist in Ordnung Heilige Scheiße Komm raus Meine Güte Oh mein Gott Ernsthaft Die auch noch Jetzt Oh mein Gott Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Die Dinger sind grausam Den Cup machen wir also morgen Bis dahin Können Ja